Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Videoaufbau und Kanal, Leute. Leute, wir spielen heute ausnahmsweise wieder einen Death Run und dieses Mal wird dieser Anmord immer Cringer und immer Cringer und immer Cringer und dabei ist der, liebe... Minus! Plus! Geteilt! Gleich! Gleich! Weg ans Gehirn! Okay, Leute, ich bin einen Crash-Bandicoat Death Run von der lieben Salva Mira gebaut, Leute, ihr könnt gerne ihren Creator Code benutzen, sie spendet alles in der Tierorganisation, die, glaube ich, sogar ihr selbst gehört. Und daher benutzt ihr ihren Creator Code im Shop. Okay, hello, my name is O-K-A-Boomer and I am your guide. Okay, wir werden durch die Gegend geführt, Digga, let's go, Digga. This map is inspired by Game Crash-Bandicoat. Okay? Ja, okay. Du sollst hier den Bus springen, da geht's, äh, Dings, ins Wunderland. Oh! Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, Digga, ich glaube, wir müssen diese Dings, ich glaube, davon gibt's 2000, Digga. Nein. Ja, also... Wieso haben wir damit nicht gerechnet? Es hat geleckt, ne? Ja, ist ja wirklich so. Wir sind einfach nur down gegangen, weil dieser Uga-Uga nicht dabei war. Ja, dabei blickt. Okay, Digga, dabei... Hä? Digga, das ist so weird, ein Momentum-Jump, Bro! Und vor allem, ich muss durchgegeben, wieder dahin laufen. Puh! Schisch! Ich könnte dich nerven und blocken und dann müsstest du wieder dahin laufen. Gib den, Cola! Okay. Schisch! Hä? Okay. Checkpoint. Digga. Nennt so, fly! Schie! Oh! Okay. Oh shit, ich glaube nicht. Okay, Speedplatte, Digga, hier sind Dings. Oh! Digga, Junge, du bist auf jeden Fall das schlägteste Nachfurt-Toll-Mannschaft. Alle Balle in den Kopf, in den Kommentaren. Hashtag Ball gegen den Kopf. Hä, wohin jetzt? Ah! Oh! Tschüss, auch mal Kimbossible. Kimbossible! Junge, ich kaff's mit meinen Verrätern heute, Digga. Kennst du die Kimbossible? Das ist Dings, männliche Version von Kimbossible. Das ist Kollegah. Kim der Bosse-Bille. Kim. Hahaha. Kim der Bosse-Bille. Okay. Zack, zack, zack. Leute, Andre ist 31 Coins hinterher. Aber ist ja kein Problem. Wir müssen nicht auf ihn warten. Deine Cola. Kimme, Jackie. Wie hieß der Rapper nochmal? Lil Lightskin. Lil Lightskin, Digga, ist Ehrenmann. Ja, ist ehrlich Ehrenmann. Ich hab Puppeln in der... Bin down gegangen. Einfach Dings. Auf einmal da war Dings. Ja, du musst nach rechts, Bro. Nein, 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 ist falsch, ist falsch. Hä? Hast du doch, hier ist noch richtig. Was laberst du, Digga? Nimm ein... Was meinst du mir? Hey! Ja? Wer hat diese Pfeil dahin gebaut? Oh, nein. Hingedaut. I doubt it. I doubt it. Ach, Mann, ey. Wieso habe ich zwei Münzen mehr als du? Weil du Kim-Impossible bist. Impossible. Oh, das ist nicht gut. Wieso habe ich noch zwei Münzen mehr als du? Digga. Was? Alter, das ist so eine Secret-Münze. Kannst du die bitte für mich triggern? Nee. Fallen? Bitte? Ich gucke das gerade aus, wie man das hier regelt. Oh! Ich habe es herausgefunden. Das freut mich. Bro, stell dir mal vor. Stell es dir vor. Ja, okay. Mit Augen zu, oder auf? Mit Mama Augen auf. Okay. Mach mal eins Auge, mach mal eins Auge zu. Mach mal ein Auge zu und ein Auge auf. Stell dir mal vor, du hattest jetzt beide Augen auf. Du hast gerade mit Augen zu Momentum-Jumps gemacht. Echt? Ich auch. Also wirklich, ne? Im Stream ist bewiesen. Guck nach. Ich habe es nicht gepackt, Digga. Ah, mein Herz, ich teuer, Alter. Gleich Bock auf Tzatziki. Weißt du warum? Ja. Ich sage immer, Abena Tzatziki, weißt du eigentlich, aber klappt nicht. Okay, wie funktioniert dieser Jump? Okay, jetzt weiß ich, wie der funktioniert. Aber okay, Digga. Du hast nur vier Münzen mehr. Bro. Du hast zwei vergessen. Weißt du, ich meine, also wirst du niemals gewinnen. Leute, hier gibt es safe einen Geheimgang. Leute, hier gibt es... Ui. Hey, hey! Äh. Äh. Hey, mir ist minimal weiß. Ja, heiß. Ach, Digga, ich rede einfach gar nicht mehr. Akim Bossenbild war das Beste, ey. Ja, Digga, aber sie war damals mein Crush, Digga. Ja? Kennst du? Ja. Nee, wie heißt immer diese andere, die, die grün-schwarze? Äh. Nein, die Bösewichtin. Rook? Nee. Wie hieß die andere? Du weißt es gleich. Oder save deinen Chat, weißt es gleich. Ich weiß. Diese... Ich weiß es nicht. Die mit den schwarzen Haaren. Ich glaube, die hieß Rook. Aber ihr könnt ja die Kommentare schreiben, wie sie hieß. Die war mein... Rook klingt logisch. Wegen Schurke. Hey. Der Fall ist nicht mal schwer. Mink nach mir. Digga, wir haben erst 130 Münzen von 2000. Was ist das? Der war erst für ein 40 Minuten Video. Ey, yo. Ey, yo. Schwarzer Dresscode. Facelift, 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 Panamera Flow. Ah. Panamera Flow. Ich bin hier mit der Panamera Flow. Dich. Das hat mich vorgesehen. I got no money. I got money. Oh my money. I got money. Oh my money. I got money. Okay, let's go. Weiter geht's. Ah. Geil. Okay, wo ganz... Ah, okay, okay, okay. André war hier bestimmt drin. Hat die Special-Punkte geholt. Ich seh nichts. Ah, okay. Easy, bro. Easy, bro. Okay, wir holen unser Ding. Warten, bis wir es triggern. Müssen ich mal down gehen, okay. Hast du dir die Special-Münze mitgenommen? Alles. Alles. Mit Zwiebelus. Alles mit Zwiebelus. Bisschen Scharf-Sauce. Scharf-Sauce. Ich hab bitte kein Checkpoint bekommen. Leute, ich glaub auch nicht, dass wir es schaffen, die 2000 Münzen zu holen, also. Aber, ungelogen, die ist echt, äh. Trashig. Die ist echt originalgetreu, die Map, find ich. Also, für die Leute, die Crash Bandicoot kennen, das ist ja so ein Spiel, das ist damals 1900. Oder 2000. Ja. Locker, locker. Drei. Locker. Ich sag, 93,6 Monate. Ist die draußen schon? Ja. Safe. 93,6 Monate, das sind wie viele Jahre? 12, 24, 23, 24, sind 6 Monate. Ja. Eh, Jahre. Was denn jetzt? Weiß nicht, Digga. Ich zeig aufs Laber. Scheiße zu Labern, ich schaff's dann auch direkt, Digga. Money on the mind. Du bist, Digga. Guck mal, wie andere wieder durchhasseln, ne? Aber egal. Ich bin halt gut. Aber egal. Ich bin halt gut. Hier sind drei große Apps, das hat keinen Sinn. Geld ist Geld. Das wird Lukas sagen. Jawohl, Digga. Und danach mach ich... Danach mach ich ein Placement für ein Eis. Lukas, das siehst du bist ein richtiger Kevin. Du bist ein richtiger... Alman. Geld. Geld ist Geld. Okay, Digga. Zack. Peng, padabau, pau, peng, pau. Au, au, au. Das macht gerade übel Spaß. Ey, Ungeluk, es macht auch richtig SARS. Aber ich verstehe nicht, wie ich hier vorbeiseßen soll an den SARS-Dun. Digga. Okay, der war nicht schlecht. Vor allem manchmal gibt es aber keine Checkpoints. Doch, I swear. I swear. Ich muss raus. So, können Sie sich kurz eine Runde entspannen? Warum sahst du sowas? Ja. Wie kann ich 250 Münzen mehr haben als du? Digga, weil du weiter bist. Ich hab seit gestern... Auch gestern in... Leute, gestern in Andres Live-Stream. Also ist jetzt für euch noch ein paar Tage mehr. Ich hab nichts auf die Reihe geschissen bekommen. Ich kann aber keine Deathrots mehr. Oder wie siehst du das? Ich seh's gut. Ja. Wenn wir zusammen säßen... Da, 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 da. Sehst dich erstmal hin und genieß den Show. Gar keinen Bock, der. Ich glaube, das war hier durch die ganzen Fallen, Digga. So, zack, zack. Bin jetzt eh down. Weil, ne? Down. Nice, Digga. Und der Andres Checkpoint jetzt hat wahrscheinlich jetzt drei Milliarden weiter unten Treppen. Ja. Guck mal, Digga. Ah, ne. Oh, Leute. Ich bin direkt hier. Da, da wurdest du aber geflirt. Andres, hast du eine Kanone in der Hose? Ähm... Nein. Okay. Ich habe eine... Eine Banane, wenn du willst. Eine Banane! Das heißt auf Türkisch fast, äh... Interessiert mich nicht. So, Banane. Banane-na-na. Banane-na. Oh, oh, Digga. Ich habe gerade alles so flawless gemacht, Digga. Jad ma Banane. Ah, Bruno, jad ma. Gib mir Banane. Äh. Gib mir den. Leute, wie hätte man das... Leute, wie hätte man das alles machen müssen und alle Münzen dabei einsammeln? Das geht doch gar nicht. Hi, ich bin Milkan. Hi. Hi, ich bin Milkan. Wie geht deine Hose auf? Äh? Das ist mein Anmarspruch. Äh, Club. Echt? Hi, ich bin Milkan. Wie geht deine Hose auf? Nein, Mann. Aber wäre schon Sympathiepunkte zu 10 von 10, oder? Du kleiner, elendiger Hund. Du bist meine Hand. Sag doch nicht so, Mann. Ja, Bro, Digga. Das Ding ist, ungelungen, der Deathfant ist nice. An meinem Kopf hab ich Schweiß? Und der ist auch schwer. Yeah. Ohohoho. Das hier hat sich ein bisschen reingeschissen, bin ich ehrlich. Ungelogen, nein. Das Ding ist, ich bin so ein Mensch, ich muss alle Dinger mitnehmen, weißt du, wie ich meine? Ja. So, alle Dinger mitnehmen, weißt du, ich meine? Yes. Alle Dinger mit... Oh, let's go, Digga. Guck mal, Leute, so easy haben wir andere mit den Punkten überholt, weil er einfach nur nicht alles eingesammelt hat. Ja, wirklich so. Okay, aber wir sammeln jetzt auch nicht mal alles ein, weil ansonsten bin ich hier übermorgen noch. Ach, Digga, Mann, Digga, Mann, Digga. Hast du mich grad... Hast du mich grad Dick genannt? Yes. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Okay, wie geht das hier? Ah, okay, Impuls, keine Ahnung. Ah, okay, top. Ah, okay, bumm. Okay, let's go, Digga. Oh, das ist so sexy. Das Ding ist, sobald ich einen Deathrun von Andres Bautim spiele, Leute, ich weiß direkt, es kann nur geil werden. Also nur Front an deinem Bautim, André. Hallo, lass mir. Lass mir, Bautim. Lass mir, lass mir, ich bin Salva Mira. Früher, ich hab gearbeitet auf Baustell. Das könnte echt so ein albanischer Name sein. Deine Nahe, Salva Mira. Was sagst du, als Stadt kamst du aus Salva Mira? Ich komm vom Albanien. Das war ich mit Satira. Irre, Digga. Okay, Digga, wie hast du das jetzt durch, weißt du? Wir sammeln, wir sind mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Das war auch grad albanisch. Nein, bin ich nicht auf dem Checkpoint, bin ich auf dem Checkpoint, bin ich nicht auf dem Checkpoint. Nein, es war kein Checkpoint. Okay, das Ding ist, wir hören nicht mal die Fallen, die André triggert, oder? Oder wir hören André allgemein nicht mehr. Steck ne Banane in dein Ding, denkst du, oh, hey, nein. Es ist voll. Wenn sie drin steckt, ist alles gut. Gibt dir Kraft und neuen Mut. Steck ne Banane in dein Ohr. Hallo? Los. Ich war kurz einmal bei dir, Mekan, ich hab dich fast berührt nach Homo. Du berührst mich doch immer. Ja. Oh mein Gott. Und ich mag es. Ich mag es. Okay, Digga, ich bin fast bei dir, glaube ich, jetzt. Niemals. Niemals. Die Map ist gebaut von Savamira. Willkommen alle from Albania und vollkommen out of Brochdale. Also Leute, nicht, dass ihr was jetzt... Alles gleich, dass ihr... Nicht, dass ihr denkt, dass ich was gegen Albaner hab. Alles nur Spaß. Okay. Oh, war mit Absicht. Er hat doch ganzer Teamspeak angeschrieben. Und das hört man zum Glück nicht in der Aufnahme, Digga. Das hört man die ganze Zeit in der Aufnahme, Junge. Überaktive Kinder, die mir gerade dann schreiben. Ey, einer von Marvel Marlon. Digga, safe, Digga. Marvin, Marlon, wenn ihr das seht, haupt mir zu schreiben. Oh yeah. I bin, I bin gut. I bin looking for freedom. Was denn da passiert? I bin looking for tonight. I bin looking for... Okay, also die roten, die roten, die jumpen und die grünen nicht. Okay. Zack. Pang, Pang, Pang. Münze einsammeln, Münze einsammeln, zack. Easy, Digga, easy, Digga, easy, Digga. Let's go, Digga. Was, die Map ist schwer. Weltkrieg, dass die Map schwer ist. Egal, das Ding ist, Neo jumps. Ich hab die erfunden. Wusstest du was, André? Ja. Weil das N in Neo steht für Nürkan. Let's go, Digga. 400 Dings, Alter. André, ich würd sagen, der erste der 500 Coins hat das gewonnen, okay? Okay. Okay. Weißt du, was das Ding ist jetzt? Weißt du, was das Ding ist? Ja. Heute ist mein deutscher Aufspruch. Noch. Hä? Wie hast du vorhin mal so viele? Na ja, was hast du? Was hältst du davon, hä? Was hältst du davon? Ich brauch noch zwei, Digga. Ja. Sag, hä? Wie geht das hier? Oh, Mecker. Da hat jemand verloren. Ich bin da gerade, Digga. Digga, dieser fette Ball, Digga. Auf einmal rutschen. Oh, du Mann, von hinten auf mich rauf. Oh, ich bin down, Digga. Ja, bei mir war er mein Freund. So. Ja, siehst du? Wer hat gewonnen, André? Wer hat gewonnen? Ich? Weil ich zuerst 500 hatte. Okay, ich hab 510. Leute, ich würd sagen, wir haben gewonnen. Leute, wenn das Video gefallen hat, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Weil ich meinte, war André im Kanal vorbei. Wenn ihr wollt, dass wir das beenden, dann... Lass da ein Like da. Und ich bin Digga, die macht mir gerade süchtiger Vorkommens. Slide. Ja, die Bock, du? Leute, wir müssen gerade jetzt Slide noch machen. Aber eigentlich, okay, André hat gewonnen. Okay, André, wir sagen, du hast gewonnen. Ja, hab ich auch. Aber. Nö, hab ich auch. Aber. Ja. Leute, wenn ihr zwei davon sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lass mich wissen. Schreibt mir genau, wenn du das? Ich sage, wenn wir es ja noch rein, bitte. Ich sage, wenn wir es ja noch rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da. Vielen Dank.